Hey Handballinspirator, ich bin Martin und zusammen mit dir auf Handball Weltreise. Wir sind in Norwegen beim Haschloom HK und schauen Stands Dogflat über die Schultern. Er zeigt uns ein Tempogegenstoßtraining mit zwei Bausteinen. Beim ersten steht die finale Passentscheidung von Rückraummitte zum Außen oder Kreis im Vordergrund und anschließend wird im großen Raum ein freies 3 gegen 3 gespielt. Mit dieser Übung kannst du wunderbar die erweiterte erste und zweite Welle trainieren. Komm mit in unser Team und lass dich inspirieren. Gut, 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 gut. Cool. Ah. 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 Oh. Oh. Ah. Ball. 1, 2, 3, 2, 1. Wir sind jetzt hier. Wir sind jetzt hier. Wir sind hier hier. Wir sind hier hier. Gut, gut, gut. Das war's. Halt! Kuss, kuss, kuss! Kuss, kuss! Halt, halt! Halt, halt, halt! Halt, kuss! Das ist ein Problem.